Soll ich sowas mal machen? Ich brauche nur einmal drauf drücken, dann sehe ich was hier gelaufen hat. Corona! Man sieht's! Moin aus Lübeck! Heute haben wir ein wunderschönes schwarzes Motorrad für euch. Eine Road Glide Erstzulassung Juli 2015. Laufleistung, wenn ich hier drauf drücke kann ich sehen, 16.884 Kilometer. Kostet, man kann sagen so für jeden Kilometer gut einen Euro. Ein bisschen weniger sogar, für euch ein bisschen weniger, 16.500 Euro. An Extras haben wir hier einen AMC Auspuff mit Zulassung. Ja, das war eigentlich an Extras schon alles. Wobei die Road Glide ja auch schon sehr sehr viel serienmäßig hat. Mit Infotainment Systemen, mit Navi und allem drum und dran. Ja, wie gesagt 16.500 Euro steht bei uns in Lübeck für euch bereit. Angucken könnt ihr euch, könnt ihr sie euch momentan leider im Laden nicht. Deshalb das kleine Video für euch und wenn es für alle wieder hoffentlich bald wieder losgeht, dass wir auch uns täglich wieder frei bewegen können. Und dann könnt ihr sie euch gerne angucken und könnt auch mal eine Probefahrt machen. Also bis demnächst. Da hast du jetzt aber auch gerade das Beste rausgeholt. Bis zum nächsten Mal.